wir müssen jetzt sehe ich da wieder nichts wir müssen da lang ist das geil mit der schnellreise ist geil die kraft kurz wie kraft vor zusammen hat man schon welche gerade gar nicht sicher egal so da zum ausrufezeichen müssen wir auf jeden fall auch eine seile rutschen machen ich habe jetzt vergessen ich wollte gucken ich wollte doch gucken ob die das endlich hinbekommen haben vielleicht mache ich auch etwas falsch aber ich glaube es nicht weil wenn ja dann kann ich es ja gleich ändern erst nämlich dass überall immer nur die funk geräte angezeigt werden ganz ruhig ganz ruhig freie sender freie sender lass mich doch mal bitte in ruhe batterien ich mache die batterien ist schon dran nein da werden keine batterien angezeigt ist doch scheiße nein warum geht das nicht muss mal gucken ob ich irgendwas falsch mache da 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 Kann ich doch nichts falsch machen. Ich stelle das richtig ein und dann packe ich es da rauf. Kann doch nicht so schwer sein. Ey, Dickie. Ey, Dickies. Lass mich in Ruhe. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Nichts. Ich will auch eine richtige Mauer drum bauen und alles. Um unser Zuhause richtig verteidigen. Wir sind schon wieder überall. Warum kann ich von einem Kilometer entfernt einen Stock nehmen? Machen wir trotzdem nochmal eine Seilrutsche übers Wasser. Das war gar nicht so schlecht. Hilfe! 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 Also ich bin der Meinung, da hat sich nicht großartig was geändert an dem Sound. Wird schon wieder dunkel? Achso. Wolken. Los Volkos. Mach doch nicht so schnell schlapp. Du müsstest so, so fit sein, dich so dran gewöhnt haben, die ganze Zeit hier irgendwo durchzurennen. Ach, hier sind wir. Mann, wie bin ich denn gelaufen? Na ja, das ist ja nicht schlimm. Kann ich ja vertragen von hier aus. Nehmen wir uns einen Baumstamm mit. Nehmen wir uns auch einen Baumstamm mit. Wof. 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 eins bereits schon mal ein bisschen vorher lauuuut das sollte auch klappen oder also vielleicht nicht so offensichtlich mitten im weg aber alles ok sollte ja nicht stören wenn ich dadurch fliege allgemein stört hier scheinbar nix mit dann muss ich mal oben auf dem berg wieder seile sammeln siehst du uns ist gleich wieder hoch zu fahren hoch zu rollen verstehe der ist also immer wieder langsam ist also es ist nur für den moment dann das so ich hoffe das reicht von der strecke habe ich bin der meinung sollte eigentlich wenn das jetzt nicht irgendwie fatal ist hier so außenrum zu laufen es ist fatal ich kann ja nicht schwimmen während ich das mache auuuuut kann ich den stamm von der mittel in sie sehen da sehen ja aber bestimmt nicht dorthin laufen wollen nicht auftauchen hallo hallo ist es für dich so kompliziert hier hoch zu kommen da kommt er nicht ran Nicht sehr toll Das heißt, ich muss den Bombstamm doch näher ran machen Ich glaube, da komme ich gerade noch so ran Achtig Achtig Ich sehe da nichts Das ist aber doof jetzt Das ist doch in zwei Machen wir erstmal das was geht Dann muss ich es in zwei Etappen machen Muss ich einmal auf die Insel Auch doof Nicht sehr schön Nicht sehr schön So mein Lieber, wo ist der Baum? Da ist der Baum Das sollte aber gehen Also wenn das nicht geht, dann Zweifel ich langsam an mir selbst Wahrscheinlich trotzdem ein bisschen zu weit Ja Obwohl es eigentlich klappen müsste So 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 Einmal testen Wackel 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 Perfekt Wackel Wackel Die beste Reise überhaupt So Hat sich jemand schon den Aufwand gemacht? Bestimmt aber Von euch Von euch Also wenn das mal nicht eine schöne Art ist zu reisen Ob wir denen auch irgendwann eigentlich die Hände abfallen müssten Jetzt kommt erst der coole Part Oh Gott, ich liebe es Ich liebe es so sehr Was, du musst mal kurz da hin? Ja, ich komme Ich bin in drei Minuten da Ist das geil? Ich liebe es Ich liebe es so sehr Hat ein bisschen gedauert, aber nicht schlimm Das hat sich vollkommen gelohnt Es hat sich so extrem gelohnt Es hat sich so extrem gelohnt Es hat sich so extrem gelohnt Also wer da was dagegen sagt Macht es besser Es geht kaum besser Es geht kaum besser Mensch Ging ja schnell Auch gar nicht auf die Uhr geschaut Muss ich mal gucken Wie lange das dauert bis hierhin So, jetzt müssen wir natürlich erstmal die Sachen finden Die waren ja überall Seile irgendwo Kamen die erst da drin? Naja, bin ich jetzt bescheuert? Hier sind Seile ja Aber draußen waren auch welche Eins, zwei, drei Drei Seile schon mal Sehr schön Hier war doch eine Plane und ein Seil Da ist die Plane und hier war das Seil Und dann war hier noch irgendwo ein Seil Dann war hier doch noch irgendwo ein Seil Naja, ich geb mich erstmal mit den vier Seilen zufrieden Alter, da ist noch so viel möglich mit diesem Berg Geil Gießchen So, jetzt guck ich mal auf die Uhr wie lange wir brauchen Was wollen wir jetzt machen? Zurück und dann am Haus weiter bauen Ich liebe es so sehr Ich liebe es so sehr Was ich hier hinbekommen habe Gibt es doch zu Geil Einfach geil Das wäre ungefähr bis Es muss da hinten der See sein Oder? Ja, eigentlich schon Eigentlich müsste es da hinten jetzt mittig zu sehen Der See sein Perfekt Also, sorry, aber besser geht es ja kaum Genau so war es gedacht Musik thread Wie ancestry . . . . . . . naja ein bisschen über zwei minuten von eishöhle bis nach hause ich glaube da kann man wirklich 2 minuten 15 16 17 zwei minuten 17 trautes heim pressen sieht so verschümmelt aus also lange ja nicht über macht es ja okay dann werden wir mal das haus weiter machen mit einer seilrutsche hätte das gedacht dass das so schön gehen kann muss man von hier aus sollte ja von hier aus gut gehen oder wir bauen einen baum ab packen den hierhin nehmen die seilrutsche machen die daran und dann mal gucken wo sie hinfliegen vielleicht rein vielleicht davor vielleicht macht das mein haus kaputt ich weiß es nicht wir werden sehen so sehen tut es mich aber davor wie es aussieht ok ich nehme aus der hand wir haben die axt ok das ist ein bisschen wie kann ich eigentlich hotkeys vergeben da ist egal wir hacken einfach ein paar und dann schmeißen wir mehr so runter da 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 dann haben wir mal schön schmeißen gleich alles runter und dann bauen wir mal schön ich hab's kaputt gemacht warum hab ich mir das fast schon gedacht warum warum konnte ich mir das schon denken hab so richtig gewusst ja das passiert jetzt ich sehe gar nichts wird schon wieder dunkel gefällt mir wirklich lasst mich in ruhe hier nur bauen jungen jungen die weg ich kann hier sehen gleich unten mein ganzes haus zerstört ja ich weiß ich weiß beachte die einfach nicht dann tun sie dir auch nichts hoffentlich sterben darfst du nicht ja war mir fast bewusst dass ich das nicht kann wow okay das ist wirklich schmeißt du mal weg die scheiße nein so wir wollen nämlich muss ich um ein dach zu bauen jetzt überall so eine feiler machen wahrscheinlich ja aber ist ja scheiße sehr scheiße ich habe schon gesagt dass es ja irgendwie scheiße ist ich sehe die Tür gar nicht naja für oben können wir uns ja irgendwas anderes überlegen oh das mit der Seilrutsche ist ja geil mit der Seilrutsche ist ja mal mega nice die Tür nicht habe ich sie alle hier auf einen Haufen besser geht es ja kaum wer braucht schon Sheets mit Baumstämme keine Ahnung her zaubern oder so ich sollte mal schlafen gehen das place isn´t so bad Errungenschaft freigeschaltet 25 Tage überlegt lebt wahrscheinlich Ich weiß nicht, irgendwie stört er mich jetzt nicht. Irgendwie ist das Kacke, muss ich ja mal einfach so sagen, irgendwie ist das Kacke. Wir müssen mal gucken, wie wir das lösen. Ich muss sowieso mal schauen, wo ich die Treppe hin mache. Muss ich ja irgendwo dort hinten in die Ecke machen. Äh, ich glaube das sollten wir mal zuerst gucken, wie wir das machen. Ne, so geht es ja auch nicht. So geht es ja auch nicht. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. muss gucken ich muss mal gucken muss ja eigentlich so funktionieren da da würde es nicht gehen aber hier geht es noch also wir machen zwei treffen so also insgesamt sogar mehr als zwei viele gute pläne habe ich aber wenn er das seil trifft dann geht es nicht kaputt oder so wenn der baum selber drauf wird dann machen wir jetzt schön eine zweite erst mal die treppe und dann müssen wir mal gucken so dass es unten nicht so scheiße aussieht also wahrscheinlich so ein inneren offenen bereich oder so so sollte erst mal wieder ein bisschen reichen viele stöcke dann immer rumliegen weil die bäume alles kaputt haben die können aber nur nach unten rutschen oder es wäre merkwürdig wenn die plötzlich nach oben rutschen so wie wir ich hoffe die machen auch nichts kaputt wenn das so voll wird dass sie die lager und so treffen also geräusche gibt es da unten schon die mir nicht gefallen aber ich nicht weiß ob die von unten kommen oder hier oben sind wahrscheinlich hier oben schön richtig schön so soll es sein das ist noch viel besser als ein wagen ganz ehrlich er braucht schon so einen wagen wie aus dem ersten teil ging es beim ersten teil auch schon ich glaube nicht oder wird schon wieder ein bisschen dunkler so reicht erst mal das schöne ist die seilrutsche kann ich dann abbauen und einfach woanders wieder ein war war mehr als vorher naja ok so dann machen wir dasselbe hier da und da da und da da und da 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 das klappt so wie es geplant hatte irgendwie glaube ich dass ich hier wieder die seite kaputt machen muss muss ich den da hinpacken ich glaube ich muss die seite kaputt da kommt schon wieder welche ne vögel oh meine süße heute wieder ja du kannst es nicht ändern ich könnte ihn wiederbeleben aber nie das gehört doch gar nicht zum spiel hier mal gucken ob es so klappt dass man das das spiel ein bisschen austricks ich glaube nicht ich glaube nicht ist jetzt noch schlimmer ist jetzt noch bescheuer hey süßi also hier muss ich auch noch einen packen die treppen auch hier können die treppen auch hier machen und dann haben wir hier so einen kleinen durchgang dann bräuchte ich die wände außen nicht kaputt machen muss mal versuchen wir haben da noch irgendwo der ist ja groß groß äh wo sind denn die kleinen da ist einer wenn ich jetzt hier einen hinpacken würde und dann so 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 aber die kann man zumindest bis oben hin machen ohne dass man da zwischendrin noch so einen querbaumstamm machen muss dann müssen wir dasselbe natürlich hier auch machen nimm dich mal kurz weg so ne so ähm gg gg so keine ahnung wie es am ende aussehen wird das 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 so das sieht so komisch aus weil da theoretisch dann äh hier weil das hier hinter ist verstehe aber stört nicht stört nicht stört nicht so so dann haben wir das jetzt mal hier in eine richtung komplett fertig ja auch gucken was ich hier machen mit dieser komischen ecke hier können wir theoretisch wende hinpacken auch hier winde hinpacken auch hier Winde hinpacken stehe die wie ich Glory D ich bin mir hier überall nicht sicher war das jetzt ein langer stamm jedes war der abgestellte er trennte ich bin mir hier drin Da fehlt er noch was. Willst du mich verarschen? Ich drücke mal die falschen Knöpfe hier. Ich wusste es irgendwie. Ich wusste es irgendwie. Ich wusste es irgendwie. Das sieht wieder komisch aus. Das mag ich nicht. So. Dann können wir nämlich. Das ist das was ich meine mit diesen. Man muss die vorher schon so zurechtschneiden. Dann können wir nämlich hier ein Geländer machen. Dasselbe müssen wir natürlich hier dann auch machen. So. 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 So.